Warum ist das Scheiße? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind 14 Jahre alt, haben nichts gelernt und sind immer auf der Straße. Was denn? Wie mein Werder kommt? Ah, unsere Waldpolizisten, hallo! Wir gehen selbst nach den Formen. Hey, hört auf dann. Also, was macht man? Bleib ruhig. Was ist? Fahren wir? Schön in Paris. Viel Glück mit den Eichhörnchen! Ich finde es nicht gut, dass ich euch immer irgendwo suchen muss. Geh dich nicht auf, wir haben eine kleine Pause gemacht. Willst du mal ziehen? Du rauchst? Ja, wieso nicht? Aber du hast doch früher nicht geraucht. Ich hab schon immer geraucht. Ja gut, aber jetzt bist du im Dienst. Er ist doch auch im Dienst. Aber sein Dienstgrad ist höher. Du bist nur ein kleines Licht. Ach, was bist du? Hey, könnt ihr mal aufhören? Was ist passiert? Wieso muss ich mir hier die Eier durchschütteln lassen? Letzte Nacht wurde auf dem Friedhof eingebrochen. Auf einem Friedhof heißt das Schändung. Ja, und in der Grundschule gab es auch eine Schändung. Ja, nennt man es Einbruch, wenn ihr wollt. Na bitte, zwei Fälle auf einmal, wenn das nichts ist. Hör mal, fahr zuerst zum Friedhof. Da fangen wir an. Ich hab heute gute Laune. Ich hab mir den Joint wieder. Was ist denn heute mit dir los? Klar nicht. Warum scheißt du mich an? Ich scheiß dich nicht an. Du rauchst. Scheiß ich dich an, wenn du acht Pernod kippst? Oh Mann, hey, hört auf damit, wir sind im Dienst. Na, das Ehe passt den Scheiß gegen euch.